Servus, grüßt euch, hier ist euer Franz mit einer neuen Mod-Verstellung. Ich möchte euch einen Raktor vorstellen, den Fall Lert 6400 in Gelb hat 95 PS, 70 kW und kostet 100 Euro Unterhalt am Tag und kostet 25.000 Euro. So, da haben wir hier das gute Stück, ich habe mal alles ausgeklappt, was man ausklappen kann bei dem Gerät. Man kann sehr viel machen in der Kabine mit der Leertaste, aber jetzt starten wir mal das gute Stück. Was mir gut gefällt, er rußt ziemlich massiv. So, ich habe den, der Leertast jetzt in Treibkontroll, ein bisschen, wie soll ich sagen, deaktiviert. Der hat keine Frontelektraulik, den habe ich jetzt so einfach angehängt. Aber sieht man gut, wie der vorne den Fuß raushaut. Reifenspulen macht er, aber nicht mit den Zwillingsrädern, nur mit den normalen. So, da ist er nicht voll, oder? Da ist er jetzt voll. Der darf jetzt voll sein, der Engel. Schreiben wir mal aus, hängen wir mal ab. Ich bin immer gewohnt, den Nutzungsgang mit der Leertaste. So. Der Spiegel funktioniert. Rufwarte auf. Man kann jetzt die Dürren auf und zu machen mit der Leertaste. Geht nur an. Jetzt kommen wir wieder zum Fenster. Darmtafel, ausklappen und einklappen. Musik. Das ist eine super tolle Sache. So. Die Klinkler funktionieren. Vorne und hinten. Aber komischerweise auf der einen Seite da nicht. Auf der Karte. Unter hier sieht es schon lässig aus. Bei 43 gm h Spitze. Normaler Licht. Hubs geht auch. Bremslicht geht auch. Arbeitslicht mit Nummer 6. Fahnen lässt er sich auch gut. Man sieht also die ganzen Unebenheiten, wie es geht. Das Einzige, was mich persönlich hört in der Kabine, die leicht prübel sieht. Das ist Geschmackssache. Wenn euch die Mundverstellung gefallen hat. Ah ja. Mal vergessen zu erwähnen. Frontlader kann man montieren. Ja. Ähm. Man hat gesehen, man kann was vorne montieren. Obwohl da kein Subfellet hinten. Auch. Die Pelge sind in drin. Schön gebraucht. Die sind rostig. Das finde ich ist jetzt auch voll. Naja. Gibt es sonst zu sagen. Ja. Wenn euch die Mundverstellung gefallen hat. Schaut wieder rein. Ladet euch die Nummer runter. Ich sage Danke für die Besuchung. Servus. Grüß euch. Euer Franz.